Ja, und damit ein herzliches Hadiho zurück. Hier auf der Queen Anne's Revenge, wo wir von... äh... ja, von Kanonen beschaffen werden, die ihren eigenen Willen haben. Nein, das ist das falsch, ich wollte... Gut. Bums. Eine von vier Kanonen haben wir zerstört. Ja, letztes Mal ist hier ein bisschen schiefgelaufen. Oh, hier kann man auch noch was gefuckt machen. Wusste ich gar nicht. Geh tot. Bums. So, blöde Zombies. Moment. So. Bums. Und hier. Bums. Und da bauen wir auch noch was ran. Bums. Oh. Und hopp. Und das bauen wir auch wieder ran. Nein. So. Ui. So. Aber wir waren ja noch gar nicht, äh... fertig hier. Leg die blöde Pistole weg, Mann. So. Boom. Kaputt. So. Nein, nein, ich bin tot. So. Wo kriegen wir denn die letzten beiden Köpfe her? Von welchen? Ah, hier einen. Ui. Klopp. So. Boom. Gut. Das Ding war eigentlich von draußen, aber egal. Aua. Egal. so, ich bin wieder da und hinten habe ich doch eine gesehen. Stopp. Kaputt. Sehr schön. Gut, ähm... Das hat mir aber jetzt glücklicherweise nicht nur ein... Ähm... Kann ich den da abschließen? Ne, aber irgendwas da oben soll ich... Kann ich eigentlich nicht machen. Hm. Okay. Okay. Mano. Nervt mich doch nicht. Jetzt kloppt sie alle weg. Hm. Boom. Keine Ahnung. Angeblich soll ich da hinten irgendwas abschließen können, aber... Keine Ahnung. Und hoch kommen wir leider auch nicht. Da werden wir zurück... Ja, Schleuder zurückgeschoben. Gut. Ähm... Ansonsten ginge vielleicht noch hier hinten. Da habe ich ja jetzt die Zahnräder dran gebaut, denke ich mal. Da passiert irgendwas. Ja. Da kommt jetzt eine Wasserfontäne raus. Oh. Nett. Nett. Und das bringt auch nicht viel. Außer... Vielleicht gehe... Wenn ich mit Scrum hingehe... Nein. Ich dachte vielleicht, dass... Dann... Ah. Ähm... Okay. Dann einmal da rüber. Und nein. Das ist nicht ganz so. Hui. Ach, da oben hängt was. Nett. Na toll. Ach, gut. Er fällt runter. Wow. So. Okay. Was kann man... Ach, gut. Bumm. Plopp. Nett. Das ist doch alles Müll. Komm jetzt rüber hier. Müsst ihr in Slow-Mo schaukeln. Toll und hier brauche ich ein mit Schwert und ich habe natürlich kein Schwert. Beziehungsweise Scrum hat kein Schwert. Weil ich glaube, dass... Bumm. Da gibt es dann erstmal einen schön... Aber dafür brauchen wir wahrscheinlich... Bumms? Ne, das bringt ja gar nichts. Nein. Toll. Hier gibt es keine weitere Waffe mehr. Äh, das haben sie ja richtig schön designt hier. Äh... Ah, die Bruder hätten wir erst mal sowas machen oder so. Kann ich mir denken. Aber sonst... Äh... Hm. Hier überspringen. Schade. Komm, ey, Jack, lass ich doch nicht verprügeln. Zombies. Geht mal alle kaputt. Und ich mache hier mal eben was. Baue hier mal eben was auf. Ganz schön. Ähm... Und was ist das? Ach ja. Genau. So. Dann komme ich hier wenigstens noch drauf und so. Jetzt habe ich hier auch was mit Schwert. Oh. Oh nein. Oh, Mist. So. Bin zwar fast tot, aber egal. So. Und einmal hier hinüber. So. Gut. Ey, gehen wir aus der Sonne. Und du auch. So. Hm. Was kann man denn noch so machen, außer hier ein paar Sachen zerstören? Ach, da oben ist der Typ, den wir hier... Moment, Moment, Moment. Da kann man vielleicht... Ja, ja. Kann man vielleicht sowas finden? Nein, kann man nicht. Okay. Wo kriege ich denn so ein Ding? Acht, da oben liegt eins. Gut, dann muss ich da nochmal hin. Ja. Ja, 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 komm. Richtig, ab hier. Und jetzt, hui, und ich bin oben. Und dann nochmal, hui, und ich bin drüben. Dann hier einmal. Komm, lass das Ding los. Danke. Und dann, hui, ich kann ihn runterdrehen. Hey, ein Apfel im Mund. Im Mund. So, mohoin. Ja, ja. Ist doch schön. Richtig, ab. Schlag ins Gesicht. Eine neue Frau. Halt die Fresse. Nee, da doch nicht. Oh, komm mit. Die Rache der Königin. Anne. Gut. So. Koch haben wir jetzt. Schön. Und Garheng. Und Salaman. Sehr schön. Wahre Pirat. Waka, 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 waka. Boom. So. Ja. Okay. Ich könnte mir fast schon mal 10 kaufen. Und wenn ich das jetzt mal finde, ich weiß gerade gar nicht, wo das ist. Kann ich's auch, würde ich's auch gleich kaufen. Aber, ja, wie gesagt, ich, wenn ich's finde denn. Ach ja, richtig. Da fällt mir auch noch ein. Ach komm, das passt alles noch. Das, dann werden's wieder ein paar längere Folgen. Das ist doch eigentlich schön. Ähm, ja, dann kann ich wieder ein paar Sachen aufbauen. Gut, erstmal wieder in den Hafen. Ich werde jetzt auch erstmal beenden, die Aufnahme, weil es ist schon sehr spät. Sechs Minuten vor eins. Eigentlich wollte ich heute versuchen, den ganzen Film aufzunehmen, aber da ich das jetzt schon wieder die blöden... Erst der Back und dann dieser Scheiß jetzt hier, also mit Fehler und so, das ist immer. Dann nehme ich den Rest vielleicht morgen auf und übermorgen vielleicht auch noch was. Naja, ich nehme ziemlich viel Moment auf. Heute habe ich elf und zwölf hochgeladen. Ja. Gut. Der Hahn aufwenden, dann machen wir hier erstmal ein bisschen was kaputt. Die Kuppe. Ja, ja. Hä, ist da irgendwo was rot-schwarzes? Oder was? Warum sagt mir das? So. Erstmal hier ein bisschen und da ein bisschen und da ein bisschen. Hier will ich schicken, hier will ich schicken. So. Dann machen wir das hier auch mal eben kaputt. So, jetzt haben wir genug Geld, um uns mal zehn zu kaufen. Nur ich weiß leider wirklich gerade nicht. Ich habe es nachgeguckt, aber ich habe leider keine Ahnung, wo das eigentlich ist. Ich wusste nur noch mal sechs, weil ich mir das so zusammengewürfelt habe, so, also, zusammengedacht habe, was ich mir alles so holen möchte und so. Und in welcher Reihenfolge vor allem auch. Naja. Aber, naja, egal. Vielleicht bin ich es noch, vielleicht nicht. Dann gucke ich halt noch mal nach und nach. Dann, la 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 la, hier liegt noch ein bisschen was rum. Da oben, das kann ich jetzt endlich auch aufbauen. Ach ja, ein Ding, das war auf dem Leuchtturm, richtig. Oder auf diesem Turm hier, das ist ja, glaube ich, kein Leuchtturm. Obwohl, doch, ich glaube, das ist sogar ein Leuchtturm. Na huch, was ist das? So, baue mal hin da, ich weiß nicht, was es ist. Oder was es sein soll. Okay. Nett. Und was ist es jetzt? Hm. Die Frage ist, wie kommt man auf den Turm hier rauf? Mal nachdenken, nachgucken, nach... Hm. Gut, ich weiß auch nicht, was das hier soll. Ach. Richtig. Ich kann ja das Ding hier drehen und jetzt... Kommt das da runter? Ah. Das ist ein Fahrstuhl. Da oben, da hängt was. Äh, hier drin ist was. Schnell bauen. Hm, nee, hol ich mir noch nicht. Okay. Öh, was ist denn das? Okay. Was ist denn das hier? Für... Dingens. Ach.